Dieses Video sollte definitiv relativ kurz werden, also bleibt bitte für ein paar Sekunden bei mir hier, denn es geht im Prinzip komplett nur um euch und daher sind auch die Kommentare absolut notwendig. Es geht um folgendes, ich habe mir die letzten Tage ein wenig überlegt, wie ich euch ein wenig mehr mit einbeziehen könnte, wenn es um die Auswahl der Geräte gibt, die ich auf meinem Kanal so teste und da kam ich auf folgende Idee. Da ihr vielleicht ja schon wisst, dass ich relativ regelmäßig Testgeräte von Cyberport bekomme, dachte ich, lasse ich euch in Zukunft einfach mal ein wenig öfter die Auswahl dieser Geräte. Es kommt natürlich mit ein paar Limitierungen, also was ich euch jetzt vorschlagen kann, ist folgendes. Geht auf die Seite, den Link gibt es hier unten in der Beschreibung, sucht doch ein Gerät aus, das euch besonders interessieren würde, dass ihr gerne von mir getestet haben wollt. Nehmt dann den Produktnamen und auch die Artikelnummer, also nicht den Link, denn sonst wird das automatisch Spam, außer ihr verändert den Link ein wenig und lasst diesen dann in den Kommentaren und lasst mich am besten einfach auch wissen, warum euch gerade dieses Gerät interessieren würde. Und je mehr Daumen hoch dann dieser Kommentar bekommt, desto besser stehen die Chancen, dass dieses Gerät auch getestet wird. Natürlich kann ich jetzt nicht garantieren, dass auch wirklich jedes Gerät getestet wird und es gibt hier auch Limitierungen, wie zum Beispiel, es kann kein Produkt von Apple sein, zu denen habe ich einfach keinen Zugriff und es sollte jetzt vielleicht nicht übermäßig teuer sein. Also ich kenne mein genaues Limit jetzt nicht, aber ich würde sagen, bleibt mal bei unter 1500 Euro und dann passt es im Prinzip auch schon. Also wie schon gesagt, noch einmal ganz kurz, geht auf die Seite, sucht euch ein Produkt aus, nehmt den Namen, eventuell die Artikelnummer und hinterlasst das einfach in den Kommentaren und lasst mich wissen, wieso ihr das getestet haben wollt. Und je mehr Leute das dann eben auch sehen mussten, desto eher wird das passen. Und wie gesagt, lasst, wenn ihr diese Idee gut findet, einfach einen Daumen hoch hier und dann mache ich diese Sache definitiv noch deutlich öfter. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.